So, weiter geht meine spannende Serie, welche Magic-Karten mir aus welchen Editionen fehlen. Weiter geht's mit der Edition Born of the Gods. Schauen wir einfach direkt mal rein, hier auf der ersten Seite fehlt irgendwas. Das ist die 5, prima, das habe ich aber auch irgendwo rumfliegen. Excuriate, Fated Retribution, ist tatsächlich eine Rare, die mir fehlt, für 4 farblose, 3 weiße. Hier geht's weiter, wie man direkt sieht, Orson's Sun Guide, Orni Tarch, das ist ein 3-3er, Orchon, 3 farblose, 2 weiße. Dann Plea of Guidance fehlt mir, 5 farblose, 1 weiße, ist auch eine Rare. Silent Sentinel fehlt mir, das ist ein 4-6er, für 5 Mana, 2 weiße. Dann sind wir schon bei Blau. Sammelnummer 32. Archetype of Imagination, eine Uncome, ein 3-2er Human Wizard. Hier fehlt schon einiges mehr, als bei dem letzten Set, 48 fehlt noch. Perplexing Chimera, 3-3er, Chimera für 4 farblose und ein blaues. Vortex, nach dem Vortex kommt... Warming Wave, eine Sorcery, 2 farblose, 2 blaue, ist eine Rare, die mir fehlt. Danach Warming Wave, hat nur die Gerade. Warming Wave fehlt. Archetype of Finality, 2-3-Gorgon, 2-4 farblose, doppelt Schwarz, ist eine Uncome. Diesen Asphyxiate habe ich ja, Bile Blythe fehlt mir. Black Oak. Als nächstes fehlt mir der Champion of Stray Souls. Das ist ein Skeletal Warrior, 4-4, eine Mystic. Für 4 farblose, 2 doppelt Schwarz. Eater of Hope, ein 6-4er Dämonen, für 5 Mana, 2 doppelt Schwarz. Fehlt mir. Feldhide Brawler, hab ich. Danach fehlt dann der Fallen Pseudammer. Eine Kreatur, ein 2-1er, 3, ein schwarzes, ist auch eine Uncome. Epiphany Storm habe ich noch. Everflame Eidolon, fehlt mir hier. Fall of the Hammer habe ich noch. Mir fehlt Fated Configuration. Oracle of the Bones fehlt mir. Thunderous Might fehlt mir hier. Curse of Cufix habe ich, den brauche ich nicht. Der ist wohl im Highlander Deck. Hero of Liner Tower, das ist eine Rare. Ein Human Warrior, 1-1er, der fehlt mir. Citizen Starbreaker ist die letzte, die ich hier wieder habe. Skyweeping Sorcery, für einen farblosen Grünes ist eine Ankammer, die fehlt hier. Chromantico, fehlt mir hier, die erste 5-farbige Karte. Und Phanatic of Sennacross. Karametra fehlt mir, God of the Harvest. Und Kiora, the Crushing Wave, fehlt mir. Siren, Xenagos, God of the Werewolves, der fehlt mir. Das ist der 6-5er-Gott, rotes, grünes. Gorgens Head. Heroes Podium. Pillow of War habe ich schon wieder. Das sind die Skylander, die habe ich auch. Bei den Token fehlt mir, weiß nicht genau. 10, 11, 10, 11 habe ich und 12. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Embleme. So, dann kann ich eigentlich direkt weitermachen mit Journey into Nix. Aber da muss ich, ja, ich schalte nochmal aus und mache eine neue Folge an. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.